Musik Jetzt haben wir hier einen Gegenstand auf der Bühne, den Herr Karatasch mitgebracht. Die Balama, also das Seiteninstrument, was hat es damit auf sich und warum? Was ist daran so wichtig, dass Sie es jetzt hier mit nach vorne gebracht haben? Es ist sogar so wichtig, dass ich die ganze Zeit schon ein schlechtes Gewissen hatte, dass es bereits auf dem Boden liegt. Ist jetzt nicht so zu behandeln, Sie kennen das vielleicht im schulischen Kontext, wenn ein Religionslehrer einen Koran mitbringt und die muslimischen Kinder sofort aufschreien. Dass man ein heiliges Buch wie den Koran nicht auf den Boden zu legen habe. So bitte nicht verstehen. Aber ich habe mir gedacht, dieses Instrument muss mich heute begleiten. Erstens, weil es ein sehr wertvolles Geschenk ist von einem Sakit, von einem Rezitator, der einer der zwölf Dienste in der Cem-Versammlung ausübt. Und zweitens, meine große Hilfestellung ist. Ich darf ja oft zum Alevitentum sprechen oder darüber sprechen und nehme mir entweder tatsächlich einen Sakit mit, beziehungsweise also den Rezitator, der dieses Instrument auch wunderbar bedienen kann. Oder eben einfach nur das Instrument, weil ich daraus eine Stärke sehe, weil ich an diesem Instrument, dem Koran mit den Seiten, mit den drei Seiten, Tellekoran, beinahe, beinahe die gesamte alevitische Lehre zusammenfassen könnte. Der Koran mit den drei Seiten, das müssen Sie jetzt erklären, vielleicht beide zusammen. Der Koran mit den drei Seiten, das ist jetzt sehr irritierend. Das ist irritierend. Natürlich muss man sehr viel ausholen, um das zu verstehen. Darin meinen Alevitin, also um Gottes Wort. Wir versuchen durch Gesänge und durch Sass, durch Melodien, auch Gottes Wort wiederzugeben. Deshalb ist es so, dass sprechende Koran oder dreiseitige Koran heißt es, also so synonym gemeint. Also Gottes Wort ist bei uns dann im weiteren Sinne bezeichnet. Wir verstehen darunter, dass eine Wahrheit, eine umfassende Wahrheit existiert. Und dass alle heiligen Bücher und alle wissenschaftlichen Errungenschaften oder auch Erkenntnisse gehören dazu. Und das reicht nicht. Also das ist so umfassend, dass die Menschheit noch nicht alles Gottes Wort entdeckt hat und entfährt hat. Und Alevitin versuchen, die bekannte Gottes Wort auch durch dieses Instrument wiederzugeben. Und jetzt mal plump gefragt, und woher habe ich die Texte, also woher kommt dieses Wort? Und die Texte sind Texte von unseren Heiligen und Gelehrten, die verfasst worden sind, die auch unter Volk gebracht haben. Und die sind dann sowohl schriftlich als auch mündlich überliefert, bis heutzutage. Und die sind in türkischer, kurdischer oder persischer Sprache geschrieben, arabischer Sprache geschrieben, aber überwiegend türkischer. Und die auch in unseren Gottesdiensten rezitiert werden. Also Texte von den Gelehrten mündlich überliefert, aber auch Bücher. Das heißt, Sie könnten auch heilige Bücher, gibt es sowas? Benutzen Sie heilige Bücher im Religionsunterricht in der Schule oder? Halte ich in der Hand, hätte ich jetzt beinahe wieder gesagt. Denn das kollektive Gedächtnis, von dem Herr Kaplan auch eben sprach, die alevitische Lehre übertragen über diese Worte, sind hier, sind in diesen Klängen drin. Ja, hinzu kommt ja noch neben den Inhalten die Symbolik dessen, dass eben diese Gem-Versammlung nur, tatsächlich ausschließlich nur unter musikalischer Begleitung geht. Das heißt, die Klänge, das hat selbst ein alevitischer Geistlicher behauptet, dieses Zitat werde ich nie vergessen, der sagte, ich mag zwar eine Gem-Versammlung leiten, aber geführt werdet ihr hiervon. Das heißt, die Klänge, das ist eine Gem-Versammlung, der sagt, ich kann sie nicht vergleichen, aber geführt werdet ihr hiervon.